Was geht ab Leute und neue Leute Games und Willkommen zurück zu Dragon Ball Z Habt sich Dr. Gero Oder zumindest zu seinem Labor Oh shit Mach nix, nochmal kleiner Kampf zum Aufwärmen Oh, Hellenspirale, warum nicht? Oh, ich kann nicht so viel schauen, wie ich dachte Komm, der löst fünf Berge Benommen! Folgeangriff Das endet ja nie Das war die ultimative Vernichtung Während sie immer noch vor sich hinten tümpeln Oh yeah! Der Folgeangriff sollte es tun Bam! Nur noch der eine ey, die schnitt aber auch was rein Oh shit! Ey, nur noch die kleinen Angriffsteile! Das sollte gehen Was nen Scheiß ey So hier irgendwo muss das Labor sein Da ist ne Höhle Und wer das Naher Was? Wenn wir Die Der Aufwärmen Und doch Wir sind Jäger Wir sind 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 Ich denke, das ist es, was ich? Ich werde es nicht mehr so verletzen. Herr Kusser. Das ist wieder! Was ist passiert? Wir gehen! Das war's für heute. Ah, sie sind... Trunks, was du gesagt hast, was du mit ihnen gesagt hast, hast du mit ihnen gesagt? Ja... Aber... Was hast du... Ich hatte nicht mehr als ich. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Dr. Gehrow? Sie sind dann tot. Soll es, ich habe ihn nicht und werde euch vor dem Zwingen eine Geb勝. Ich glaube, dass du Zwingen schlägst, aber wir haben einen Schmuckstall. Erstens, jetzt bin ich mit Sön Gokû umentscheid hasseh, der 16. Du hast auch vorigert, dass die Sön Gokû umentscheidete, das herrschen. Genau. Seh mal. Das heißt, er hat sich natürlich nicht gefallen. Oh, Urknallattack ist jetzt verfügbar. Habe ich die schon drin? Das sollten wir mal nachgucken. Charaktere, Vegeta und super Angriff. Nein, Urknall ist nicht drin, dafür geht der Meteorhammer einfach mal raus. Und weg, ja, Super Saiyajin sogar. Aber es soll dann die Welt auf die Weltkarte bestimmt. Statten wir den Cyborgs mal einen richtig leckeren Besuch ab. Und da ist es, dass wir die Weltkarte nicht verletzen. Aber es soll dann die Weltkarte nicht verletzen. Aber es soll dann die Weltkarte nicht verletzen. Ich bin mir nicht so, dass ich mich nicht so schlafen. Ich würde mich nicht so interessieren, was ich noch nicht so zu sagen. Ich möchte mich nicht so interessieren. Ich bin der Sön-Gokun. Ich bin der Sön-Gokun. Ich bin der Sön-Gokun. Ich bin der Sön-Gokun. Ich bin der Säy-A-Gin, der sich nicht so zufrieden. Ich bin der Sön-Gokun. Ich bin so ein Geppl, das du nicht schallst. Ich bin der Mann. Das war's, der Mann? Die Frau? Der Mann? Das ist das, 16-Games. Du kannst sicher sein. Ich bin der Mann. Ich weiß nicht, was ich. Das ist nicht so schlimm. Ich bin der Begeita. Ich bin der Mann schon. Sie sind so gross. Ich werde mit Begeita und 18-Games戒en. Was? es geht los endlich das wird schwer wir schaden schon mal Na, ich sollte vorsichtig sein. Na, mir klar. Da hat ich mich schlecht ausgewichen. Na, endlich. Mach gar nicht so viel Schaden. Scheiße, man, ein bisschen zu früh. Mach nicht so viel Schaden. Fast die Hälfte der Energieleiste. Alter. Warum schlage ich da noch drauf? Ich glaube, der unterschätzt das so ein bisschen. Irgendwie macht die nicht viel. Ich mach's noch mal. Die bewegt sich nicht. Die paar Attacken, da die sich startet. Oh, die aber ziemlich vernichtend sind. Ja. Oh, der macht es doch mal. Huhuhu, die starke. Oh, shit. Ah, die Kacke. Er hat echt fast jeder gemacht in dem Spiel. Oha. Ich drehe es zum Schluss noch ein bisschen auf. Das ist satt natürlich jetzt. Boah, bleib mir fern. Nicht die Abwehr durchbrechen. Oh, shit. Ja, gerade ist so. Oh, ho, ho. Mach nicht viele Attacken, aber die, die, die macht stark. Oh, ich dachte, ich denke, ich glaube, sie zählen. Ich denke, ich denke, es ist... Ich denke, es wird zu. Aber... Ich denke, es ist noch ein Verfluss. Ich habe mich überrascht, aber ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht habe. Ich glaube, wir sind noch ein paar Jahre alt. Wir müssen jetzt gehen. Hey. Hast du dich nicht geholfen von Sön-Gokun? Ich habe keine Angst. Hmm. Ich glaube. Es ist egal, aber... Wir gehen nach dem Stadt. Wir haben schon wieder geholfen. Ich möchte ein neues Wettbewerb. Okay. Wait! Wait! Was ist das? Was ist das für Sie? Was ist dein Ziel? Es ist ein Ziel von Sön Gokun. Warum? Das ist nur ein Spiel. Soll das nicht! Es ist egal. Wir sind... Ja, das stimmt. Das ist nicht so. Es ist nicht so. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.